Ich kann nicht fliegen. Jetzt sind die ja nichts empfrieren, oder jetzt? Ich komme wieder runter? Ich krieg das doch jetzt nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann. Okay. Okay. Hm? 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 Oh. 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 Hm. Besenfliegen, ich hab' ich muss das nie wieder machen. Oh Gott. Aber ich glaub', ähm... Ich muss das noch ein paar mal machen. Fliegen. Und ich. Das wird dem Besen hier nichts mehr. Was passiert, wenn ich da jetzt reingehe? Nix, ich werd einfach wieder rausgeschlossen. Die ist... Da pömpel pömpelt noch. Hm. 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 Ich hab' mir wegrollen. Wieselby steht mir immer weg. Ich weiß auch nicht warum. Hermine, eigentlich kannst du doch so zaubern. Warum kannst du nicht alle Humore einsetzen? Du kannst es doch. Ich weiß es. Ich weiß, dass du es kannst. Oh Gott, hier ist voll viel abgeschlossen. Ups. Hm. Ich werde den George machen, wenn wir nicht gemüllt sind. Hm. Hier wächst überall Unkraut raus. Oh, ich hab äh... ein Dings gefunden. Ein Darm. Ein Darm. Du kannst keine Hilfe mehr. Ich muss noch ein paar Sachen kaputt machen. Wieso ich gerade... Ich kann doch einfach nur so hinterm herzusetzen eigentlich. Das ist ja viel angenehmer, als wenn man da mal mit y drücken. Zudem ist das ja dadurch, dass ich ja mit dem Playstation 4 Controller spiele, habe ich die verpassen wir gar nicht mehr. Dreieck, Kreis und Vierecke. Das ist dann alles ein bisschen unschrecklich. Okay, jetzt brauchen wir, weil wir ja kein Hulk mehr sind, einen neuen Stärkungsdruck. Da haben wir nur noch eine Schlange. Ist das ein Schokohase? Okay. Ha. Überall, wo irgendwas explodiert, denkt jetzt wahrscheinlich niemand mehr, dass es Fred und George ist, sondern Harry. Früher war es los, doch jeder wusste, oh mein Gott, Fred und George haben wieder irgendwas angestellt. Jetzt ist es Potter. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Oh, das ist jetzt was? Nein. Ist es nichts geblüht oder sonst was? Wir gehen weiter. Meine Nase juckt heute. Derb. Der könnte eigentlich nicht fliegen. Das kann nur Harry. Nein. Gerunter. Entschuldigung. Es war keine Absicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich hab ihn nicht gesehen, okay. Ich sag doch, ich kann fliegen und nicht. Das ist noch nicht, ähm, das gelbe vom Ei. Wie? Ja. Da sind Knubbeldinger rausgekommen. Ähm. Was bist du denn? Shit. Ein Maulwurf. Was? Da chillt jemand? Mit der Haare. Ab sofort. Entschuldigung. Ey, lass mal Kürbis los. Ah, da brauch ich diesen Zauber und diese... Kobolde daraus wegzukriegen. Ich hab's verstanden. Auch etwas, was wir dann erst im zweiten Jahr machen. Ich glaub ich weiß, was wir machen. Quidditch spielen. Achso nicht wir, weil... Also ich hoffe, dass ich nicht Quidditch spielen muss. Und dann da sehr viel zu sein, ob ich sie mache. Ich glaube, wir gehen da. Wuselig. Und machen wir auch mal diese weißen Kleckse hier weg, wir kriegen da nicht drauf weiter ein. Uh, wir haben einen goldenen Stein bekommen. Manchmal lohnt es sich einfach doch zehn Jahre an einem Fleck zu sein und sich nicht zu bewegen. Weil es einfach so viel zu machen gibt. Und zum kaputt machen. Und ich will Hedwig wieder wegschicken. Oh Gott, was ist das? Es ist zu lustig, aber was zum Teufel ist das? Können wir doch mehr wachsen lassen? Oh, du kannst ja vor die Blumen wachsen lassen. Oh Gott. Es ist wieder raining. Es sollte weniger Spaß sein machen. Aber es macht einfach zu viel Spaß. Ähm... An Apple? Wer muss bei einem grünen Apfel auch immer einen Trick verdenken? Hey, hier liegt so viel Geld. Ah, ich bin schon wieder festgepackt, Jungs. Ich kann's heute. Heute? Heute hab ich's echt drauf mit dem Festbacken irgendwo. Ich weiß auch nicht warum. Da fehlt Ravenclaw. Das find ich ein bisschen diskriminierend. Wir haben eine Quyffindor, Flagge, Slytherin und Hufflepuff. Aber wo ist Ravenclaw? Finde ich nicht in Ordnung. Dich nur mal anmerken. Oh, Blümchen. Es ist halt auch so voll toll, so du Blumen blühen, bist aber gegen die Pollen allergischen. Das ist auch so ein Widerspruch in sich selbst. Die Blüder find ich nicht in Ordnung. Gryffindor haben wir. Hier müssen wir immer irgendwas zusammenbauen können. Das ist ein Quidditch-Spiel. Gryffindor gegen Slytherin. Wir machen ein paar Fähnchen, damit's hier mal ordentlich aussieht hier. Damit jeder weiß, gleich beginnt ein legendäres Match hier. Na. Geht mal weg, er steht hier vor sich. Perfekt. Haben wir? Padma Patil. Wer ist Padma Patil? Katie Bell. Wer ist Katie Bell? Oh. Danke schön, Jungs. So. Kommt. Machen wir da nur Blödsinn, Leute. Ich weiß auch nicht, ob die sind. Oh, ein goldener Stein hat es gegeben. Immerhin. 17! 17 goldene Steinchen. Ich bin schon da festgepackt, Leute. Wenn man einfach nicht laufen kann, sollte man es halt laufen lassen, oder nicht? Was ist jetzt? Ich war es nicht. Das war schon so. Die Friesen sind weg. Okay. Hätten wir dich damit retten sollen? Ach, springe einfach. Dir passiert doch hier nichts. Wir haben niemanden, der buddeln kann. Schauen wir mal hier weiter. Was haben wir hier? Ah, da ist das, die Allraune. Harry? Harry, du kannst fliegen. Aber Harry kann diese Bees nicht benutzen. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt gerade trinken. Ich will es aber vielleicht auch gar nicht wissen. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Okay, wir gehen da nicht. Ah, jetzt. Was ist das? Ich will das. Popcorn vielleicht. Ja. Ich bin dafür. Wir bleiben dabei. Das ist Popcorn. Und wir haben Ravenclaw-Jugel. Ravenclaw-Jugel, genau. Ich kanns grad voll mit dem PS-Team. Fliegen oder nicht, ist das Quatsch? So gut. So kacke da drin. Wieso bin ich grad so untalentiert zum Fliegen? Spreng drauf, mein Freund. Und auch nicht. Wir haben's versucht. Kommt, wir gehen jetzt Quidditch spülen. Wir gehen jetzt Quidditch spülen. Wir gehen jetzt Quidditch spülen. Oh. Oh. Er beobachtet Leute, wie sie Äpfel essen? Ehrlich jetzt? Da war's nicht so gut. Ja, das ist so gut. Igual. Ja, das ist so gut. Wie ist es, wie ist es? Weitere. Heißt, alle Co-P Leger. So, ein Fexter-Besen. Erstmal Flagge hier. Oh Gott, hier kann man wahrscheinlich abstürzen, so wie es hier aussieht. Ist das eine Rassel? Oh, das Zähnchen gibt es jetzt auch noch so eine Flash was mit Pflanze, ja. Erstmal das Bild zu bauen. Damit es keiner mehr beachtet. Hello. Oh, jetzt habe ich es nicht ganz kaputt gemacht. Come on, Ronald. Ich glaube, das war ein Krassel. Er wird zwar wahrscheinlich schon einen Schleudertraum an alles haben, aber egal. Oh. Okay. Ich bin bereit. 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 Jetzt wird das neue Geld aufgesammelt hier. Warnelt, gleich bist du in der Reihe. Aha. Was braucht man eigentlich? Oh, das kann man auch kaputt machen. So, Quetzal. Da fliegt der Schnurz, da fliegen Bälle. Da fliegt der Schnurz. Ja, kaputt kaputt. Da fliegt der Schnurz. Okay, wir basteln jetzt wieder. Da kommt der Grün. Nein, grün, mach doch mal das, was ich dir sag. Das ist alles grad nicht so einfach. Ach, komm schon. Genau, geh weg. Nein, du bleibst. Nein! Also, mach mal von vorn. Ja. 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 Das war jetzt klein wenig. So anstrengend, hab ich gesagt. Ja. Ich führe mich jetzt an meinen Grün-Dings. Gedenkste-Dings. Gedenkste-Dings. Nein, da hole ich auch nicht. Okay. Ups. Wir machen wie immer alles erstmal kaputt. Wir machen was Neues daraus zu bauen. Wahnsinn. Bücher, eine Max. Und die im Hintergrund denkt sich so. Ach, ganz normaler Standard bei dem Grün-Dings-Spiel. Nix. Ab normales. Alles gut. Chill, der Face. So. Jetzt hab ich hier einmal die Flagge. Ein Slytherin-Quidditch-Spieler. Ich wusste, mit wem jetzt anfangen. So. Jetzt erstmal. So. Na. Na. so. 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 Ich weiß. Wie kann ich da ran? Arnold? Muss mal ganz kurz. die mädchenverkleidung die mädchenverkleidung ich sollte wieder vorne umschalten es gibt sonst Fragen, warum nicht mit ner Ratte rumlaufen wir haben Skriffindor-Haus die mädchenverkleidung Ja, beim Quidditch-Spiel verschwinden eindeutig sehr viele Schüler. Und abgestürzt. War ja so klar, dass mir das wieder passiert. Warte, können wir da noch mal runter kurz? Ich hab was vergessen. Komm, geh mal weg. Ach, nöööööö. Mein schönes Konstrukt kaputt gemacht. Ronald, geh da weg! Das ist ja ernsthaft da drin festgekappt, dass ich die Mops nicht... Ronald, geh da weg! Dumpfbacke! Und, und... Was? Das Wieselbild steht mir immer im Weg, ich weiß auch nicht warum. Das ist wohl so ein neues Hobby von ihm. Einer Treppe... Was ist das? Das war's. Das war's. Und wir zerstören ja einfach mal sehen ruhig alles weiter.